Moin! Zum ersten Mal seit über 800 Jahren feiern wir den Hafengeburtstag Hamburg in diesem Jahr digital. Denn die Corona-Pandemie lässt eine normale Feier mit hunderttausenden Gästen nicht zu. Aber es gibt gute Gründe, die alte Tradition fortzuführen und den Hafengeburtstag nicht ganz ausfallen zu lassen. Unser Hafen gehört zu den größten Seehäfen Europas. Er ist eine wichtige Drehscheibe des internationalen Handels, ein Motor für Wirtschaft und Wohlstand in ganz Deutschland. Der Hamburger Hafen gilt als Tor zur Welt. Er prägt das maritime Bewusstsein und die Internationalität unserer Stadt und steht zugleich für Zuversicht und Zukunft. Es gibt also viel zu sehen und zu entdecken. Dafür ist der Hafengeburtstag eine gute Gelegenheit. In diesem Jahr ganz bequem von zu Hause aus. Auf dem Programm stehen digitale Schiffsparaden mit beeindruckenden Windjammern und starken Schleppern, viele Bands mit Livemusik, Streams aus dem Hamburger Michel und vieles mehr. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, sehr geehrte Gäste aus Deutschland und der Welt. Ich wünsche Ihnen viel Freude und interessante Einblicke in die maritime Welt beim Hafengeburtstag at home 2021. Der 832 Hafengeburtstag Hamburg ist hiermit eröffnet.